Mit Hilfe unserer Messfunktion können Sie kinderleicht und millimetergenau alle benötigten Maße über das 360-Grad-Panorama ermitteln. Vor Ort können Sie alle Kundenfragen beantworten. Sie messen erst im Büro, auf welcher Höhe die Steckdosen liegen oder auch welche Winkel die Ecken aufweisen. Ups, vergessen die Wandstärke zu messen? Nicht mit dem Hotskin! Mit einem Fadenkreuz ausgestattet treffen Sie jede Kante. Muss es einmal schnell gehen, können auch automatisiert alle Ecken und Kantenlängen an der Ebene erzeugt und die Schrift vergrößert werden. Mit der Messkette können zu dem Maße super einfach quer durch den Raum bemaßt werden. Nutze Mäß 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Auch ob eine Wand gerade steht, können wir super leicht ermitteln. Nutzen Sie die Möglichkeiten und optimieren Sie noch heute Ihren Workflow. Abonnieren Sie unseren Channel und verpassen Sie keine News mehr aus den Bereichen Gebäudeplanung, Energieeffizienz und Handwerk.